Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht's mal wieder hier weiter im Insights Community Tab und zwar mit ein paar weiteren kleinen Features. Ich hoffe, ihr langweilt euch heute nicht irgendwie, weil es ist nichts besonders Spannendes oder irgendwas, was mit Git wirklich zu tun hat, eher was, was man halt auch um sein Projekt drumherum machen kann und was mittlerweile fast schon gefragt wird. Und da möchte ich einfach mal ganz kurz noch auf diese anderen Punkte hier eingehen, die wir noch haben. So, das erste ist mal Descriptions. Descriptions bedeuten einfach, ihr könnt in eurem Code eine Kurzbeschreibung angeben, irgendwas, was halt dieses Ding hier überhaupt soll. Dies ist Code, der als Tutorial zu GitHub entstanden ist. So, Website, the-morpheus.de. So, okay. Ja, okay. HTTPS, Doppelpunkt, Slash. Schade, ich dachte, das macht es automatisch. Okay, und das ist jetzt im Endeffekt schon unsere kleine Beschreibung hier. Nicht wirklich irgendwas Spezielles steht dann eben hier oben drüber, wenn man damit fertig ist. Und wenn ihr draufklickt, ihr als Administrator könnt es natürlich bearbeiten. Gut, also sozusagen eine Mini-Version vom Readme. Das ist wirklich super praktisch, dass man hier so eine Checklist hat. Okay, ein Code of Conduct. Ja, ein Code of Conduct ist sowas wie das hier. Man, einem ist egal, ob man, also man ist harassment-free. Das bedeutet so viel wie hier wird niemand irgendwie belästigt oder sowas. Man ist toll zu allen Menschen, egal welches Alter, wie sie aussehen, was für Disabilities sie haben, wo sie herkommen oder was für ein Geschlecht sie haben und so weiter und so fort. Ja, ist halt heutzutage mal wieder extrem wichtig. Keine Ahnung, für mich ist sowas eigentlich selbstverständlich, dass man zu allen Menschen gleich freundlich ist und nicht zu irgendwem freundlicher als zu jemand anders. Aber gut, wer es braucht, der darf das gerne reinfügen. Für mich ist sowas selbstverständlich. Deswegen mache ich grundsätzlich jetzt gerade keins rein, weil ich da keinen Bock drauf habe. Weil ich finde, wenn man, ich finde das irgendwie total dumm. Sorry, wenn ich mich jetzt da ein bisschen drüber aufreg. Aber ich meine, wenn man sich so künstlich damit auseinandersetzt, dass man das da extra nennen muss, dann ist es schon wieder nicht mehr selbstverständlich. Und für mich ist halt sowas selbstverständlich. Aber gut, okay. Gut, dann haben wir hier Contributing. Das sind einfach die Guidelines, wenn man mitmachen möchte. Da gibt es keine Vorfertigung für euch. Da könnt ihr aber quasi Bescheid sagen, was man alles machen muss, wenn man mitmachen möchte, dass man irgendwie auf Sicherheitslücken Acht geben muss und selber keine einbauen darf. Solche Dinge darf man da dann eben drin schreiben. Ist auch wieder eine extra Datei, die man sich angucken kann, wenn man das möchte. So, und die beiden wirklich interessanten Dinge, die kommen hier unten, nämlich Issue- und Pull-Request-Templates, die sozusagen Bausteine darstellen, wenn ihr ein Issue erstellt, beziehungsweise wenn jemand ein Issue für euch erstellt, was dann eben beachtet werden soll, beziehungsweise dasselbe dann eben für den Pull-Request. Die finde ich sehr, sehr sinnvoll. Man kann da eben Templates auswählen. Entweder man nimmt das Bug-Report oder das Feature-Request-Template oder man baut sich sein eigenes. Wir werden jetzt erstmal den Bug-Report hier verwenden. Den können wir nämlich kurz angucken. Ist ziemlich cool. Und dann haben wir hier nämlich Issue-Doppelpunkt und dann eben Bug-Report, also das, was da drin stehen soll. Dann muss man hier den Bug beschreiben, welche Schritte man durchführen muss, um den Bug zu reproduzieren. Das bedeutet, wenn man diesen Bug hervorheben möchte oder quasi den Fehler erreichen möchte, was man dann eben machen muss, damit auch der Entwickler sehen kann, was da gerade passiert. Weil das gibt es relativ häufig, dass da einfach irgendwelche Bugs reported werden, die eigentlich gar keine sind. Nur weil derjenige das irgendwie, keine Ahnung, selber kaputt gemacht hat oder ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall ist das hier sehr, sehr wichtig, was passieren sollte. Und dann natürlich hier oben bei Describe the Bug, was tatsächlich passiert ist. Möglichst genau beschreiben alles. Screenshots anfügen und dann noch die Systeminformationen, die teilweise auch wichtig sein können. Und dann, falls man hat Smartphone und zusätzlicher Kontext, den man auch noch brauchen kann. Sehr sinnvoll das Ganze. Deswegen, ich mag dieses Bug-Report-Template. Ich mag aber auch das Feature-Request-Template. Sieht ein bisschen anders aus. Und zwar ein Feature, das ein Problem referenziert. Eventuell, falls ja, beschreiben. Und falls man Lösungen hat, auch beschreiben, welche Alternativen man schon im Kopf hatte und was man eben noch als Kontext hat. Das ist auch ziemlich sinnvoll. Und dann kann man natürlich noch sein eigenes Template machen. Und da haben wir dann eben hier Issue, Doppelpunkt, Custom Issue Template. Ähm, da können wir dann sowas machen wie Enhancements, ähm, ja, irgendwelche Sachen halt. Also da kann man dann auch in Markdown drin schreiben. Und da könnt ihr dann auch noch lesen, wie ihr damit schreiben könnt. Das ist eigentlich ziemlich gut dokumentiert. Und hier könnt ihr dann eben beschreiben, was man, ähm, was man alles machen soll. So, ich hab mal ganz kurz hier was reingeschrieben. Ähm, sollte natürlich normalerweise aufwendiger gemacht sein. Ihr habt ja hier so gesehen, was man alles, zum Beispiel beim Bug Report braucht. Das ist auch durchaus der Sinn davon, dass man hier möglichst genau aufschlüsselt, was da eigentlich so gemacht werden soll. Die werden schon automatisch, äh, reingetan. Ähm, wenn ich hier auf Proposed Changes gehe. Und dann kann ich hier eben sagen, ich möchte das Ganze committen, indem ich hier Update Issue Templates zum Beispiel als Commit Message eingebe. Ich kann hier machen, was ich möchte als Commit Message. Aber das Ganze einfach dann committen. Das ist ein ganz stinknormaler Commit. Wir sehen den auch hier eben unter den Issue Templates. Jetzt hier Update Issue Templates. Und dann sehen wir das hier in .github. In dem Ordner .github sehen wir dann eben drin, was wir für Issue Templates haben. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und kann man auch durchaus verwenden. Wenn ich jetzt einen neuen Issue erstelle, ich mach das mal ganz kurz, dann kann ich hier eben entweder, ähm, einen regulären Issue eröffnen. Oder, was besser ist, ein Bug Report, ein Enhancement oder ein Feature Request. Und kann dann eben sagen, okay, ich möchte einen Bug reporten. Und dann steht hier eben zum Beispiel, was ich alles machen muss. Describe the Bug. Ähm, welchen Bug man natürlich hat. Und so weiter und so fort. Eben diese ganzen Schritte, die wir gerade ausgefüllt haben, die werden da angezeigt. Irgendwas war gerade seltsam mit dem roten Ding hier. Aber okay. Ähm, ja. Macht das natürlich leichter, wenn jemand bei euch einen Bug reporten möchte, weil ihr dann schneller wisst, was los ist. Und auch den Bug schneller reproduzieren könnt. Und nicht hundertmal nachfragen müsst. Das ist einfach sinnvoll für euch. Wäre ganz geil, wenn es das bei YouTube auch gäbe. Das könnte ich da zum Beispiel brauchen. Aber okay. Gut. Machen wir weiter. Und zwar die, ähm, Pull Request Templates. Übrigens, die kann man natürlich hier auch nochmal editieren. Falls man das möchte. Ganz klar. Pull Request Templates. Ähm, gehen wir einfach auch mal kurz durch. Die muss man quasi von Hand machen. Ähm, ja. Funktioniert aber ähnlich wie die, ähm, wie die Templates für Issues. Nur, dass ich das jetzt hier nicht machen werde. Ihr könnt da einfach auch dann schreiben, wie so ein Template dann aussieht. Also, es ist einfach wirklich genau das, was man, wenn man bei New Pull Request draufklickt, was man dann eben bekommt. Das ist was, was man, ähm, auch machen kann. Und ja. Haben wir, glaube ich, auch bei zum Beispiel Battle of AI. Haben wir das gemacht. Ähm, ist auch sinnvoll. Okay, cool. Und das war es eigentlich auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Relativ simple Sachen eigentlich, die euer Repository aber gleichzeitig noch ein bisschen einfacher für euch handhabbar machen. Und, ach ja, eine Sache möchte ich euch noch kurz zeigen. Und zwar bei Collaborators kann man andere Leute hinzufügen. Das ist natürlich dann auch sinnvoll. Muss man selbstverständlich nochmal kurz das Passwort eingeben, falls man irgendwie hier, ähm, ja. Also, es ist immerhin was. Da hat dann der andere User komplett irgendwie Zugriff auf das Repository. Da muss man schon vorsichtig mit sein. Und jetzt kann man hier eben einfach die E-Mail-Adresse eingeben. Und, ähm, oder eben den Usernamen auf GitHub oder den vollen Namen auf GitHub. Oder eben die E-Mail-Adresse und dann wird der direkt hier eingefügt. Und der hat danach wirklich die vollen Rechte auf dieses Repo. Das heißt, der kann damit machen, was er möchte. Cool. Ähm, ja. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Optionen, die ihr sonst noch so habt. Ähm, jetzt gibt es noch ein paar erweiterte Features, würde ich es jetzt einfach mal nennen. So was wie, ähm, wenn man hier über Settings Webhooks verwendet. Das ist ein bisschen krasser. Deploy Keys sind auch ein bisschen krasser. Das hier ist mittlerweile deprecated. Das braucht man nicht mehr irgendwie sich anschauen. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Meilensteine oder so. Das muss ich mal gucken. Wiki hat auch jedes Projekt. Aber dieses Wiki, das sollte eigentlich selbst redend sein, was man da machen möchte. Die kann man einfach dann anfangen zu schreiben. Ähm, das sind solche Dinge, die, denke ich mal, die könnt ihr ohne mich auch irgendwie hinbekommen. Was ich vielleicht noch mache, sind Meilensteine. Und wenn ihr natürlich irgendwie noch Vorschläge habt, dann immer her damit. Und ja, das war es von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.